Willkommen zu einer unfassbaren schrillen Reise auf nach Anomaly World. Es geht los mit Pacific Drive, liebe Leute. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen ohne euch zusammen geschustert. Komm hier, ein bisschen Kleistermasse, ein bisschen Rotze. Wir müssen noch eine neue Stoßstange bauen. Und wir müssen den Ersatzreifen ausbauen, weil ich habe jetzt nicht genug, um den Dingensreifen zu bauen. Raus mit dir. So, und weg mit dir. So, ich habe auch noch hier so eine Loot-Perle. Tun wir das auch noch da rein und das auch noch. Ja. Ja, komm schon. Und eine Fackel war auch dabei, okay. Das war nett. Oh, was war das denn da? Ach, das war der Transportkoffer, ja. So, dann bauen wir jetzt noch einen Sommerreifen und die Stoßstange, die wir... Achso, genau. Ich zeige euch gleich. Wir haben noch einen Raum angebracht. Aber die hatte ich doch eigentlich angebracht. Ich bin ein bisschen verwirrt, was wir alles letzte Folge gemacht haben. So. Guck mal so. So Backsteine fehlen da jetzt noch. Oh, was habe ich denn da auf zwei? Kommt das denn auf einmal her? Ach, das habe ich gefunden? Kommt das hier rein? Tatsächlich. Aber es ist wahrscheinlich hier, ne? Ne, hier ist das. Oh, was? Ups. Äh. Darf ich noch nicht? Außen? Ah, hier. Auf nach Norden. Gott sei Dank. Jetzt wissen wir, wo Norden ist. Mach's gut, Volleyworld. Stoßstange. Deluxe. Ja, ein bisschen Müll muss sein. So. Jetzt sind wir richtig bereit hier. Yeah. Oh, das war's kaputt. Schnell hier um. Wo? Nein. Okay, warte mal. So. Mann, ich bin so gut. Ich muss das jetzt aber wieder neu bauen, weil das müssen wir unbedingt mitnehmen. So. Oh, guck mal. Ich habe Flammen gefunden. Das gibt es doch gar nicht. Oh, tut mir leid. Das müssen wir jetzt austauschen. Ja. Oh, geil. Tut mir leid. Holzoptik. Aber du musst weichen. Ich habe die extra neu dran gemacht. Warum ist die dann so? Ja, weil ist das Auto halt grün. Oh, ich hätte es Metallic lassen sollen. Es sieht aus wie... Das Auto von den... Wie heißt die denn nochmal? Scooby-Doo. Dann lassen wir es jetzt erstmal so. Ich weiß nicht, ob ich ein Löschdingen habe. E. Achso, öffnen. So, genau. Wir haben hier den Koffer dran gemacht. Ich habe das nämlich ohne euch gemacht. Habe das noch erforscht. So, jetzt brauchen wir noch den neuen Reifen. Fehlt ein Zahnrad. Dann brauchen wir noch ein Zahnrad. Na, ein Zahnrad. Ein Einrad. Ich gucke mal hier. Da ist das doch wahrscheinlich. Ich müsste eigentlich ein Ersatzrad mitnehmen. Ich meine, da habe ich hier keinen Ersatzrad-Koffer, weißt du? Ich glaube, wir nehmen noch eins mit, oder? Ja. So. Ersatzrad. Dann haben wir hier Stahlblech. Nein. Den Staubsauger können wir ja mal behalten. Dann brauchen wir ein bisschen Meduzin. Das haben wir nicht mehr. Äh, warte, ich brauche ein neues Mechanica-Kit. Ich nehme auch nochmal ein Abdicht... Äh. Ein Abdicht-Kit. So, und das. Und, äh, Meduzin. Wo war die denn nochmal? Da. Man weiß ja nie. Das lasse ich aber bei mir. Hier. Das kommt hier rein. Ja, ich weiß nicht, wie ich die... Farben wegfarbiere. So, das bleibt hier. So. Äh, reparier das Auto. 94%. Das reicht doch. 94% ist schon... Ist schon... Ne? Dann kann ich hier hinten auch Flammen drauf machen. Tatsächlich. Jawoll. Auch hier hin? Ja, geil. Oh. Oh. Ja, scheiße. Ich brauche jetzt eine schwarze Spraydose oder so. Da, 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 da. Boom, boom. Boom, boom. Richtig gut. Komm, dann lassen wir jetzt alles hier. Ich warte auf eine andere Spraydose. Okay. So. Ich gucke nochmal. Wir haben ein paar Fackeln. Aber ich habe jetzt helle Nächte. Jetzt sind wir nicht mehr so blind. Und hier haben wir nochmal... Jetzt müssen wir das eigentlich nochmal leer machen. Dieses Auto, weil das jedes Mal neu da ist. Machen wir das jetzt nochmal gerade. Ich hole mir jetzt nochmal einen neuen. Obwohl, wir können den ja... Wir können den ja verbrauchen. Äh, warte mal. Aus der Bahn. Oh, sehr schön. Ähm. Ich habe da alles Luke-Klomp vergessen. Scheiße, dass der auch kaputt gehen kann. Das ist schon schade. Das ist schon schade. So. Da können wir nix machen. Pass auf, wir machen die jetzt kaputt. Und wir holen uns neue. Ich gehe doch nicht mit den kaputten Dingern auf Achse. Ich glaube, den Staubsauger kann ich noch gar nicht craften. Okay, lassen wir da liegen. Zweimal Heilung. Dann den Shit einsortieren. So, T war das. Die kommen da hin. Und wir legen jetzt los. Ist aufgetankt eigentlich. Machen wir nochmal hier Strom. Strom. Sehr schön. Oh yeah. Seid ihr bereit? Oh, hinten ist irgendwas kaputt. Sekunde. Ich glaube, ich habe die Stoßstange hinten gar nicht mehr. Oh, warte mal. Können wir die direkt auch ausbauen? Ja, ich weiß. Ist dort ein bisschen mit dem Losfahren. Ein bisschen Schwund muss sein. Ja. So. Seid ihr bereit? Wir sind jetzt, sind wir jetzt hier? Ach, hier ist voll die Anomalie. Wir wollen jetzt noch da, ne? Die Straße habe ich, also darf ich da jetzt hinfahren? Also wir machen das jetzt. Okay. Ich weiß, was ich tue. Okay, los geht's. Okay. Ich bin bereit. Ich kann das. Okay. Ich kann doch nicht die ganze Steuerung schon wieder vergessen haben. Okay, dann erstmal E5. Mal wieder. Wir schaffen das schon. Repair-Shop. Pit-Stop. Boah, Mann. Oh, Mann. Die Sommerreifen sind wirklich nicht so gut. Ah. Ist das geil. Halt, Stopp. Oh, Mann. Da war ja was. Ah, okay. Ich glaube, ich muss einfach nur da drunter stehen, oder? Ich meine, ich... Wir sind voll repariert. Nee. Nee. Oh, holy moly. You're kidding me right now. Bobby, you saw it, too, didn't you? Tell me you saw it, too. Saw what? What do you mean, what? All hallucinations? Like the ones from 1961. It happened again. Just a quick blip. Like blinking a... Wait. You didn't see it? I was in a total blackout. Colossal Cappy fried my systems. Right. Because sending the driver headfirst into Cappy didn't work out like you said it would. Big surprise. Oh, spare me, Francis. The driver's alive and your remnants verifies. Isn't that all you wanted? Now, why are you too gaffing about the lost hallucination? Oh, it can't be amplified during this signal? Ach, guck mal, das ist noch mehr. Was ist das denn hier? Biker-Lack. Höh? Biken. Okay. Ach, guck mal, es funktioniert. Es ist am reparieren, glaube ich. Aber vielleicht geht das nicht ewig. Guck. Es geht wahrscheinlich nicht ganz hoch oder was auch immer. Es ist überhaupt nicht laut. Ist mal wieder nur im Regnen. Ja, geh an, meine schöne Karre. Warte mal, ist das so eine, oh, das ist so eine Kettensäge. Oh, scheiße, warte mal. Und wir haben so einen Hammer gar nicht mitgenommen, oder? Doch, haben wir. Ist ganz schön ruckelig geworden. Ich hab keine Ahnung, was los ist. Es ist total unnötig, was die alles per labern. Ein ganz normales Wetter, keine Sorge. Bestimmt kein giftiger Regen. Aber es gibt keinen giftigen Regen, nur schlechte Kleidung. Los, komm, Lancelot, los geht's. Nein. Hatte ich die Geysire schon analysiert? Ja, oder? Das sind diese Springdinger. Schubser, genau. Genau. Oh, das gibt's doch nicht. Ich war doch weit genug weg. Boah, ne Knarre, damit ich da einfach nur noch drauf schießen kann. Oh, was ist das denn da? Warte mal, ich muss mal... Wo fahren wir denn jetzt hin? Oh Mann, ist das gruselig hier. Hallo? Okay, wir fahren mal nach rechts. Glaube ich. Ach, guck mal, die Anker werden gar nicht mehr so gut... Was war das denn? Oh nein, das sind direkt zwei davon. Halt! Da ist ein Anker. Ah, Rohrposteranlage. Oh, ich muss noch... Moment, Moment. 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 Oh Gott, ich bin blind. Gute Nacht, Chi. Warte mal, soll ich den Anker holen oder soll ich nicht den Anker holen? Das ist jetzt die Frage. Komm, wenn ich schon hier bin, dann holen wir den jetzt. Laufschlampe! Nein! Nein! Hallo? Okay. Mann, ey, ich muss jetzt mal wieder... Was ist... Wo fahren wir jetzt hin? Ich glaube, wir haben ja ziemlich viele Ressourcen. Ich überlege gerade, ob sich das überhaupt lohnt. Warum ist das so ein Verbotszeichen? Komm, wir fahren da mal hin. Oh, es wird hell. Die Sonne geht auf. Aufstehen, die Sonne lacht. Aber im nächsten Gebiet können wir noch genug looten. Ich überlege, ob wir einfach querfett einfahren. Zu dem Anker. Ach, da oben waren... Oh, scheiße. Entschuldigung. Da oben war auch noch einer. Was gibt's denn Schöneres, als mit Sommerreifen in den Wald zu fahren, oder? Da ist auch einer. Bin ich jetzt blöd? Ich glaube, wir brauchen diesen Ankersucher. Oh Gott. Das ist unser Kompass. Guck. Oh shit. Oh shit. Ja, komm, wir sollten einfach ins nächste Gebiet fahren. Wow, oh Gott. Nichts passiert. Bin auf den Kopf gefallen. Aber hier haben wir noch was zum Gucken. Guck. Lanzelot, bleib stehen. Wehe, du rollst weg. Bleib stehen, Lanzi. Zweimal Glas. Na gut. So, wieder so eine Terrorhütte? Ne. Bleib weg von meinem Auto. Aha. Kassetten. Kassetten Ja, es gibt auch wirklich Leute, die kennen Kassetten nicht Nicht Also ist auch nichts, was ihr irgendwie vermissen solltet Also ich, dieses damals war alles besser Nee, gar nichts, ich will gar nichts von damals Zurück haben Außer vielleicht, äh, das Essen Tatsächlich, irgendwie Also wenn ich irgendwo essen war, hat das Essen besser geschmeckt damals als heute Es kann auch sein, dass meine Geschmacksnerven alle im Arsch sind Wahrscheinlich eher das Da, nee, jetzt sind die Anker angezeigt, guck Oder? Das sind noch die, sind das die Portale oder sind das die Anker? Oh, da kommt die Seuche Nee, komm, wir fahren, ist egal Ab ins nächste Gebiet Oder? Ach, ab ins nächste Gebiet, ist egal Auf geht's Ja, los geht's Ich glaube, wir looten direkt mal ein bisschen, um irgendwie Ressourcen zu haben für Notfall Gucken, was das hier für Autos sind Stahl, guck mal Ja, ja Was ist für euch? Okay Okay, weiter Die hatte ich schon, ne? Ja, es war links, rechts Oh, oh Nein, nein, nein Ich glaube, ich fahre einfach jetzt gleich hier Ja, siehst du, ich kann ja sowieso nicht mehr geradeaus fahren Oh, was ist denn dahinter? Ach ja, das war das Ding Bis da durch bin ich beschleun- Ne, wie war das nochmal? Ich brauche einen Nitro-Einspritzer hier Jetzt kommt der blöde Hase Na, Lanzelot stehenbleiben Polizei Ich glaube, ich sollte nicht querfällt einfahren, oder? Das würde sich aber anbieten Das ist ein neuer, das ist ein neuer Den kenne ich noch nicht Geradeaus oder runter? Hä, warum verschwinden die jetzt schon wieder? Ja Keine Sorge Das ist bestimmt ne gute Idee Wir sind einfach an der Eisenbahn Alles wird gut Boah, super Idee Da leuchtet was gelb Das ist aber nur so ein Sturm-Ding Das war Ey, cool Kann ich da in die Eisenbahn reingehen? Ach, das sind Waggons Die hier markiert sind Waggings Oh, das ist ne Lok Ach, da ist ein Anker Ach, da ist ein Anker Ein bisschen Dann Slot bleibt stehen Dann Slot bleibt stehen Okay 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 Weg hier! Ach ne, komm schon Ne, ne, ne Ich hab so viele tolle Sachen Findet man bei den Häschen nicht, ne Oh Gott Oh, der hat uns nicht eingeloggt Schnauze Fury Ich glaube, ich brauch schon ein Ankerradar So geht das nicht weiter Oh, irgendwas ist Licht war schon wieder an Hä? Was war das denn? Was? Was war das denn? Hast du dich wieder drauf? Und was macht das? Okay Okay, keine Ahnung Ich fahr jetzt mal bei der Straße gleich rechts BAM Äh, ist ein Tunnel anscheinend BAM Oh Gott Wie viel Sprit hab ich überhaupt noch? Oh, ich muss mein Ding mal reparieren Äh, mich mal reparieren Entschuldigung Ich muss mich mal reparieren Einfach, einfach die Kupplung kommen lassen Und rollen Komm, wir rollen mal Mal gucken, was passiert Vielleicht hätte ich das Benzin tanken können, ne Oh, hier ist schon wieder eine Stromschanze Ach du Scheiße Die wollen's wissen Runter von meiner Karre Die hat meine Bremse gelöst Gibt's doch nicht Mein Gott, Walter Die haben halt, äh, elektronische Bauteile Das ist gut Ist da irgendwas im Tunnel war? Oh Ist hier irgendwas? Ah, nee Aha Abschleppwagen Achso, ich dachte, ich hab jetzt einen Bauplan für einen Abschleppwagen Das wär ja was Diese Anker jetzt schwer zu finden sind, ist schon ein bisschen doof Oh, da ist doch einer Und da ist auch nochmal so eine Sprungrampe Ich muss jetzt erstmal da durchfahren Los Komm her, du blöde Anker Okay, immerhin Jetzt haben wir schon mal zwei Wir sind voll, oder? Habe ich gesehen Keine Sorge Ich werde jetzt mal gucken, was da ist Darf ich eigentlich mehr als haben, als Ach, keine Ahnung, ob hier ist nix Hm, welches Portal nehmen wir denn? Das da Das schaffe ich Los geht's Nein, das ist nicht weit genug weg Keine, das ist zu weit weg Wir sind noch von der Straße hier Wir können einfach gerade ausfahren Oh, step on Wir wollen es doch spannend halten hier Fahren Fahren No shit, Sherlock Wir sind Deutsche Wir machen im Tunnel das Licht an Oh Gott Ich glaube, es war eine dumme Idee, oder? Ich glaube, es war eine dumme Idee Ich glaube, es war eine dumme Idee Ja, alles gut Wee Yeah Das haben wir aber echt wenig gemacht, oder? Das kommt mir so Bla, bla, bla Schwarz, schwarz, schwarz So, Reifen Woo Ja, ja Oh, Test Test Ah, nee, brauchen wir nicht Nur Amateure müssen testen Also bis zur nächsten Folge Haut rein Das ist ein bisschen